Ich bin aber Hitler. Wenn ich die jetzt auf Englisch richtig hart verarsche, geht das Selbstmord, weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Ey Junge, halt nur den Maul. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Fortnite-Challenge. Heute dürfen wir nur blaue Waffen verwenden. Wir sind zu dritt. In meinem Team sind MC Avi Gox und sein Freund Nilsson Air. Die beiden sind super lustig. Also wenn ihr den Spaß nicht verpassen wollt, schaut euch das Video bis zum Ende an. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Du bist der Nils. Hi. Hallo, ich bin MC Avi Gox und packe Mo-Rüben auf die Pizza. Ich bin ein schwarzer Mann, der die 60er verpasst hat. Alles klar, let's go. Let's go. Ach warte, ich habe vergessen, was zu mir zu sagen. Ich bin jetzt on Air und ihr habt alle reingeguckt. Jetzt, ganz ehrlich, ne? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Okay, fangen wir an. Ja. Jetzt pass ich mir ein bisschen. Bim, bim, bam, bam. Ich kann Breakdance. Okay, ich sehe es schon. Komm, das wird eine verrückte Runde. Ey, guckt mal. Guckt mal, ich habe Koks gefunden. Koks. Alter, lass es verkaufen an Eskimos. Ja, das ist halt echt so. Warte. Hallo, wollen Sie Koks kaufen? Ich will Koks. Hier. Nein, nicht du. So. Wenn nicht, gibt es einen Shot in den Kopf. Komm, jetzt wird Koks. Ah, nee, der ist schon so trickst. Hallo. 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 Komm, du gehst zu den Pidolen. Wo wollen wir hin? Lass Retail gehen. Soll ich auf nur blaue Sachen benutzen, oder? Ja, genau. Das ist die Challenge. Und wir haben zwei Versuche. Wenn ich eine Lacky Scar finde, ich führe, ich werde die Runde leften. Ja, dann sind wir nur noch zu zweit. Dann du im Spot. Lanzi, du hast ja einfach das letzte Mal beim Busfahrer bedankt. Ich fährt da wieder nach Hause. Hat Angst. Stell dir mal vor, keiner bedankt sich. In einem Moment bedankt sich keiner beim Busfahrer, Alter. Der Busfahrer begeht so einfach Selbstmord. Dener den Bus einfach auf die Erde schmiert. Das wäre aber geil. Das wäre so, kein Bock mehr auf mein Leben. Das wäre aber geil. Ja, vielleicht bin ich, wenn sich keiner bei dir bedankt, dass der Bus einfach so explodiert. Ja, stell dich einfach vor, wenn sich niemand bei ihm bedankt, dann kriegt er gar kein Geld mehr. Und dann kriegt er gar kein Geld mehr. Seine Frau, das lässt sich seine Frau mit den Kindern. Ah. Und dann kriegt er Selbstmord, weil er keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht. Oh, ich habe eine blaue Sniper, habe ich gerade nicht. Alter. Digga, ich habe eine lila, ich hatte gerade eine lila, sage ich schon. Ich habe gerade eine... Ich habe fast nur blaue Sachen. Ich kann mich tanze nicht nehmen. Aber so Medizin und so Sachen. Ja, ja, man darf natürlich und so, ne? Aber das Auto ist gelb, jetzt kann ich das nicht benutzen. Eine blaue AK. Ach ja, Digga, ich habe noch gar keine Waffe, Alter. Ich hätte nur Shotgun. Ich mag die Challenge nicht. Ach, blauer AR, ich liebe mein Leben. Blaues Jacke, ja. Blaues Jacke, ja. Ey, stell dich mal vor, das ist das größte Drecks, Gang. Ich hasse es. Oh, blauer AR, Gott, mit Ehrenmann. Ja, Digga. Das ist halt echt so. Santi, kennst du auf dem Alexanderplatz, oder? Ach nein, Nils, bitte nicht. Ja, save doch, sag... Doch, Digga. Sag ich mir was erzählen, Bruder? Doch, sag dir, erzähle ich jetzt. Pass auf, du musst... Das ist blaues. Das ist eine blaue Pomme. Santi, jetzt lass mich aus, du Mann. Oh, Mann, ich habe das nicht. Also, du musst dir vorstellen, Digga, ich bin da mit meiner Klasse. Das ist nicht schlimm. Da waren halt... Ja, Mann, eine Goldene, eine Hellwildpomme. Ich hasse mein Leben. So, weiter am Text. Also, du musst dir vorstellen, wir sind da... Da sind so ausdrückte Frauen, Digga, und fragen uns halt, ob wir Kleingeld haben, ne? Und wir sagen halt so, nein, ne? Da kommt noch eine von denen an und fragt halt so, do you speak English? Mein Freund hat gesagt, wenn ich dir jetzt auf Englisch richtig hart verarsche, dann kriege ich Chicken McNuggets von dem, die schenkt, ne? Die fragt mich, do you speak English? Und weißt du, was ich sage? Yes. Dann fragt die, do you have money for me? Und ich sag einfach, yes, when you blast me ein. Und sie, Digga, sie checkt das Leben nicht mehr und sagt einfach, okay, thank you und geht einfach. Sie hat gar nichts verstanden, Digga. Und dann habe ich schon 900 Chicken McNuggets von meinem Kumpel abgesahnt. Also meine peinlichste Story war so halt in der Schule, alles so, aber halt so, keine Ahnung, ich bin... Amok-Alarm. Ey, Junge, halt nur der Maul, das wollte ich gerade erzählen. Ich bin irgendwie voll ausgerastet, Junge, da habe ich erstmal einen Amok-Alarm geplant. Ohne Scheiß habe ich wirklich gemacht. Ich bin das einzigste Kind in unserem Bezirk, was ich bis jetzt geschafft habe. Goi, Naka, ich hasse mein Leben, Mann. Lass mal lieber Dings da in die Zone gehen. Ich bin ja ein Noob, ne? Das wisst ihr. Ja, äh, guck mich mal an, ja. Ja, ich bin gut. Das ist so die dümmste Aussagen, die du machen kannst. Alle sagen so, ja, aber bitte nicht zu viel erwarten, ich bin nicht sehr gut und du einfach so. Ich bin gut. G-U-R-T. Ne, ich kann gut Deutsch nicht. Deutsch nicht? Ich kann schon Deutsch nicht. Ja, doch. Santi, du benutzt noch den W, du benutzt noch Gehen. Ach man, du bist ja altmodisch, ich benutze die Seilbahn. Aber er ist trotzdem vor mir da, aber er ist auf Überloch. Ich bin schon groß und du bist ja altmodisch. Ach, und mit mir, ich lade dich ein. Ich bin aber Hitler. Ja, Santi, das ist meine Box. Uuuh, Spaß. Santi, kommst du noch, oder? Ich bin mir eigenes. Ja, lass mich. Ja, was? Let me fly. I am the best pilot in this game. Juhu. Oh, da, Gegner. Wir werden ganz leise sein. Die hat reichiger Hilfs, die hat über White Life. Die sind loaded, Leute, die hatten gerade einen Fight. Oh, die sind krank, Leute. Hab einen genockt. Noch einen genockt. Hab zwei genockt. Aua. Oh mein Gott, der hat die neue Pump. Ich kann nicht sagen. Hab mal auf. Oh mein Gott. Ich hab alle. Oh mein Gott, die haben einfach eine Maschinenpistole. Bruder, ich hab gerade alle wegge... Alter, die sind ein Loot der Arsch. Ich hab auch einen gekillt, ja. Man kennt ihn, Alter. Alle drei weggeholt. Digga, wie ich die weggenatzt habe, Alter. Ich hab erst die beiden unten weggeholt, Digga. Und dann hab ich die anderen... Ähm, ich verabschiede mich schon mal. Ähm, wir werden nämlich gleich alle schlafen. Halt, steh! Geh mal nach Hause. Geh weg, tschüss. Geh weg. Alle. Oh, sie mag dich nicht. Ah, ja. Tschüss. Raus da, lo, was da? Ich muss entgehen. Huuu. Nein. Stark. Oh, Leute, los, 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 los. Ey, lass mich fliegen. Warte, warte, lass mich fliegen, Santi. Nein, nein, lass mich fliegen. Ich bin der Bestflieger auf der Wohnung. Egal, ich hab viel Kills wie TF, Alter. Ey, Santi, geht nicht mal. Dreh dich mal. Also probier mal auf dem Kopf zu fliegen. Guck mal, wie dumm der Emotis aussieht. Dann trotzdem oben. Das macht so neu Sinn, Alter. Sag, die kann ich mal kurz fliegen? Nein, nein, und wenn, dann kannst du gerne aussteigen. Und hier steigen wir jetzt aus und lass das Flugzeug weiterfliegen lassen. Nein, warum Flugzeuge weiterfliegen lassen? Warte, ich will das Flugzeug gepackt. Ich hab's geschafft, das Flugzeug zu packen. Tschüss. Oh, da unten sind Gegner. Wo? Da quescht sich auf dem Vergleich noch jemand. Pass auf, über uns. Was ist das denn? Hinter uns, hinter uns. Nein, das war klar. Ach, ich hab den gekettet. Oh, mein Gott. Gerade, ich dachte, ich hab den bekommen. Hinter uns, ich unterstütze euch mit dem Flugzeug hier. Du machst mich eigentlich eher schade. Bruder, ich bin runtergefallen. Leute, ich brauch Hilfe. Bitte, da findest du, da findest du, Leute. Nein, da findest du, bitte. Ja, Tom. Oh, mein Gott. Ich konnte gar nichts machen. Oh. Guck mir leid. Bruder, nein, die sind. Warte, ich kann nichts machen. Da unten sind auf jeden Fall auch noch welche. Blub, 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 blub. Da, ich seh's. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Es gab ein Raschgeriss, Leute. Ich hab ein Raschgeriss, alles gut. Geil. Ja, weil hier liegen noch Bände. Ja, ich brauch die. Ich brauch auch welche. Alter, komm mir leid. Das ist mal eine Fris. Die müssen die Zone nicht weh, Leute. Lasst sie in der Zone halten. Hier, warte, ich hab die gedroppt. Ich hab die, ich hab die... Oh, mein Gott. Kommt her, kommt her. Eingauen, bitte einbauen. Oh, mein Gott. Ich weiß, wo der ist. Die Sandeys. Anna, nur ich in der Zone. Mann, die ganze Zeit, geh doch nicht weg, Alter. Was ist denn mit dir? Das ist doch hinter. Die Zone kommt. Go, mach. Und dann sofort ein Taschenriss. Go, go. Oh, scheiße. Ich hör da was ganz Bühres ankommen. Lüß, 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 Lüß. Wo hin, wo hin, wo hin, wo hin, Jungs. Auf den Berg. Ich hab angeschossen. Ja, ich... Mann, als ob die mich stressen, Digga. Hinten, glaub ich. Ja, von hinten. Nee, von vorne. Ja, aber auch von hinten. Er geht mit der Seilbahn. Er geht mit der Seilbahn. Ah, es wurde dir gefallen. Pass lauf. Die kommen hoch, die kommen hoch. Ja, Digga, ihr hast der Weltmeister am Baum, Bruder. Bruder, was macht der denn hier? Oh mein Gott, kann er mich hier einfach in Ruhe lassen? Er hat einfach die Weltmeister gefunden. Ja, das war echt mir jetzt. Ah, der hat mich gut genommen. Oh mein Gott. Ja, der geht doch finish. Den kriegt ihr. Oh mein Gott. Kriegt ihr. Alter, was ist das? Nein. Schade. Was seid ihr bitte schön für Bot? Hilfe, der Einer. Schade, dieser Platz. Digga, vier Kippen. Oh, muss los. Ah, zwei. Du hast gut gespielt. Six Runde. Ja, das war traurig jetzt, die Runde. Nur wenige Minuten später. Nee, lass Jerusalem gehen, Lack. Da wohnt mein Vater. Meiner auch, dann müsstet ihr euch ja bekannt sein. Ja, ich lande Tankstelle. Oh mein Gott. Ich muss woanders landen. Ich komme da nicht hin. Digga, das ist so nervig, blaue Waffen zu suchen. Warum haben wir das nicht mit grün gemacht? Oh ja, blaue Burstinger. Geil, Digga, weil die Burst doch so eine gute Waffe ist. Los komm, wir nehmen jetzt alle hier zur dritten Flugzeuge und pushen wir Jerusalem. Warte, komm mal auf. Ich hab das unerfälligste Flugzeug. Ich hab ne Diskutage in Grau. Hilfe, ich werde eingeschossen. Yalla Habiboooooo! Jerusalem! Hilfe, hilf mir! Ah! Ah! Bruder, muss los! Nein, ja, ich bin noch weggekommen, Papa. Ach, Mann. Nicht getötet. Komm, ich steig auf! Könnt ihr mich in Ruhe lassen, bitte? Ich habe keine Waffe. Ja, dann pick die durch. Ich lebe noch. Mann, von hinten. Der eine ist One-Shot. Der eine No-Skinner ist One-Shot. Nicht der Frauen, sondern der männliche ist One-Shot. Der fackt den Kasten. Nimm doch nicht die Bösen in den Kampf. Nimm den Kasten. Los! Ich muss nachwarten! Schade! Wenn ihr mehr von den beiden Vögeln wollt, die sind in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr gerne bei denen vorbeischauen und vergisst nicht ein Abo da zu lassen. Darüber würde ich mich auch sehr freuen und viel Spaß beim nächsten Teil. Tschüss! Tschüss Leute, hat Spaß gemacht! Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video ein Like da. Wenn die Films gleich voll sind, dann kommt noch eine Folge. Teilt das Video mit euren Freunden. Ihr würdet mich damit super unterstützen. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, dann abonniert mich. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Wenn ihr irgendeine Videoidee habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare.